Liebe Fans, liebe Zuschauer, ihr könnt euch sicherlich noch erinnern an mein Tor in Kassel am 6. Oktober. Das Tor wurde für die Sportschau nominiert, für Tor des Monats Oktober. Ich appelliere an euch alle, dass ihr fleißig anruft oder im Internet votet, dass ich vielleicht die Medaille nach Trier holen kann. Dankeschön.